Servus und herzlich willkommen zurück hier bei Gries. Wir machen gleich weiter ohne Umschweifler und schauen, wohin uns unser Weg führt in dieser wunderschönen Umgebung. Oh, wie cool ist das denn? Ah, hier können wir Fischchen mitnehmen. Für einen Mega-Jump. Nein, ich wollte hier, ich wollte darüber. Ah, fast. Da geht aber noch mehr. So nämlich. Schon wieder ein Speicherpunkt. Alles klar. Und die Musik dazu. Oh, es ist so herrlich. Und weiter nach oben. Oh, da oben ist ein Vogel. Aber freundlich. Oh. Okay. Oh, wie schön. Da sind wir hier. Nichts. Können wir hier noch weiter? Auch nicht. Da geht es auch nicht weiter. Da ist wieder etwas Brüchiges. Aber okay. Hauptweg. Sieht aus wie aus Glas. Das ist es. Jetzt sind wir. Oh, gibt uns ja unsere Stimme zurück. Kann das sein? Nein. Aber er weist uns den Weg. Auch schön. Hier ist noch einer. Okay. Hier kommen wir fast nach oben. Kommen wir nach oben. Was machst denn du, Freund? Okay, der bringt uns wieder zurück. Aber was hat das für einen Sinn? Ah. Alles klar. Ein Schritt des Glaubens, würde man bei Indiana Jones sagen. Ein Sprung in den Glauben oder ein Schritt in den Glauben? Okay. Da kommen wir mal wieder zurück. Schauen wir mal, wo es hier hingeht. Oh, da kommen wir gerade drauf. Ist ja doof. Wie soll man da drauf kommen? Ohne den können wir erscheint ja nichts, oder? Ich bin ein voller Idiot. Also nochmal. Okay. Ich glaube, ich weiß schon, was zu tun ist. Nämlich das hier. Bäm. Alles klar. Die nächste neue Fähigkeit. Also doch nicht einfach so Speicherpunkt. Good to have, sondern? Ziemlich mandatory. Also notwendig. Wir brauchen zwei leuchtende Kugeln. Hier geht es nicht weiter. Da drüben ist ein Pfau oder so. Ah, hier. Das habe ich übersehen. Wieso schaffe ich das nicht? Weil es zu hoch ist. Weil ich mich doof anstelle. Jetzt aber es zu. Ein riesiger Glaspalast, ja. Genau so ist es. So, links oder rechts? Oh wow. Ich habe völlig den Überblick verloren. Mal sehen, ob ich hier richtig unterwegs bin oder falsch. Mal sehen, ob ich hier richtig unterwegs bin oder falsch. Unter dem Ereignis Horizont. Ah ja. Da sehen wir. Okay. Wow. Immer wenn man glaubt, es geht nicht mehr. Da liegen die Level designtechnisch noch eins drauf. Und ich habe keine Ahnung, ob ich da jetzt was verpasst habe. Oder ob ich eh richtig unterwegs bin. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ah, hier. Hier ist er. Ah, okay. Ein Punkt. Ein Punkt. Oh Gott. Da sind wieder Pfeile. Das war es aber nicht. Wohin? Da komme ich offensichtlich nicht durch. Und hier kann ich auch, aber das bringt mir auch nichts. Oh Gott. Hier ist auch nichts. Hier geht es auch nichts weiter. Hier geht es auch nichts weiter. Ah ja. Okay. Vielleicht. 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 Ja, nice. Oh yeah. Wow, was für ein Trip. Was für ein Trip. Und jetzt noch den Zweiten. Wie genial ist das denn? Der wird jetzt vermutlich nicht minder spektakulär zu erlangen sein. Oh. Licht. Ah, ist das wunderschön. So sollte das aussehen. Mit endlosen Sternen im Hintergrund. Ah, hier geht's runter. Ah, hier geht's runter. Ah, da drüben muss man auch was. Okay. Wir steigen weiter. Geniale, geile Konstruktion. Und die, die jetzt sagen, oh, das ist total unrealistisch. Hallo? Und der Fantasie ist alles möglich. Wow, wow, wow. Wohin, wohin? Und was für eine Fantasie das ist. Jetzt wieder in die andere Richtung und hin und zurück. Wow. Wie cool. Ah, da geht's aber auch in die Richtung. Warum? Nö, nur kurz. Ziemlich cool das Ganze. Ah ja. Hätte ich mal besser machen sollen. Ähm. Hier. Nein, hier war ich doch noch nicht. Okay. Also hier kamen wir jetzt wirklich sämtliche Mechaniken zum Einsatz, die man bisher erlernt hat. Und ich wollte eigentlich da oben rein. Ah, da ist der zweite. Ah, jetzt ziehe ich ihn. Alles klar. Dann haben wir wahrscheinlich wieder irgendwas vergessen auf der anderen Seite. Aber naja. Das ist jetzt aber ein ziemlich, ziemlich herausfordernder Jump. Oder auch nicht. Und einfach nur zu dem nicht. Den zu timen. Okay, das geht nur im Wasser. Aber ich darf nicht zu weit, weil sonst rutsche ich da wieder rein. Ja, ja. Und wahrscheinlich haben es ganz viele von euch schon gelöst gehabt. Und ich stelle mich einfach so doof an. Aber was soll's. Das schaffe ich nicht. Wie schaffe ich das? Ah. Alles klar. Und bam. Und bam. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Was wir jetzt für eine Fähigkeit lernen. Oder Form. Sie hat ihre Stimme zurück. Und alles wird noch bunter. Die Sonne geht wieder auf. Die Sonne geht wieder auf. Das Leben kommt zurück. Oder? Kann man das so sagen? Aber offensichtlich weiß ich gerade nicht, in welche Richtung ich soll. Und das vibriert hier die ganze Zeit ganz, ganz leicht. Links, rechts. Anyone? Ja, hier geht's weiter, oder? Oder auch nicht. Oder auch nicht. Nö, doch nicht. Vielleicht doch wieder hier drauf? Ah, hier waren wir aber noch nicht, oder? Doch, hier waren wir schon, oder nicht? Ja, das sieht alles so gleich aus. Ich merke es mir. Nein, hier waren wir noch nicht. Genau, und da ist jetzt das. Kann man wieder nicht sehen. Okay, dann waren wir hier schon. Ich will länger singen. Auf der Blume kann man nicht landen. Okay, ich bin leicht irritiert. Jetzt. Wohin ich soll. Da waren wir auch schon, ne? Ich will jetzt genauso wenig weiter. Tja, das... Das sehe ich einfach wirklich nicht. Da oben kann man doch bleiben. Wenn man irgendwie raufkommen will. Da oben. Da oben. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, wir singen also wunderschön und hier ist auch nichts, da stehen wir auch an. Nein, da kommen wir auch nicht weiter. Zumindest wüsste ich nicht wie. Es gibt immer irgendeinen Hinweis, aber ich sehe ihn nicht. Aber das ist eine Sache für die nächste Episode. Ich sage mal vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Begleitet mich auch das nächste Mal wieder hier bei Gris. Servus, euer Christos.